So, los geht's. Nehme ich das, wunderbar. Gut, das Tolle ist, ich darf jetzt als Rechtsanwalt einen Vortrag halten zu einem technischen Thema. Jetzt hatten wir gerade einen Techniker mit dem juristischen Thema. Und ich habe so die dumpfe Vermutung, ich verliere nachher, wenn wir darüber reden, wer hat es eigentlich besser hingekriegt, die beiden Bereiche zu mergen. Naja, egal. Wenn wir uns vorstellen, dass in der heutigen Welt, wenn wir eine Revolution haben, wenn wir darüber nachdenken, dass wir ein ganz neues Konzept entdeckt haben und das jetzt versuchen, juristisch zu fassen, abzubilden, dann reden wir ja oft von den behäbigen Tankern. Ja, so, das war ganz passend mit den Schiffen vorhin, unbeweglich, dauert ein bisschen, bis da mal irgendwie Bewegung reinkommt, Kurskorrekturen, naja, kann man zwar machen, dauert aber alles. Das stimmt hier in diesem Falle nicht. Also wir sind keine behäbigen Tanker. Das ist eigentlich eher so, als ob man Fels nimmt, ins Wasser schmeißt und sagt, schwimm. So reagiert im Augenblick das Recht ein bisschen auf Blockchains und Geschäftsmodelle damit. Das heißt, wir haben eine Industrie, wenn man so möchte, die sich Gedanken macht, die sich Gedanken macht, die Use Cases entwickelt, die tatsächlich auch live geht mit diesen Geschäftsmodellen und der Jurist steht daneben und sagt, wir haben jetzt E-Mail. Stimmt übrigens. Also wir haben jetzt E-Mail, das besondere Anwaltspostfach. Das heißt, wir können jetzt E-Mails auch empfangen und senden. Das ist, wir sind recht weit vorne mit dabei. Also das ist die Ausgangslage. Um das vielleicht nochmal zu fassen. Das liegt unter anderem daran, dass der Jurist, abgesehen davon, dass der technische Verstand nicht so ausgeprägt ist, deswegen haben wir Jura gemacht, dass der auch ein Problem hat mit dem Sachverhalt. Das ist nämlich ganz wichtig für uns, Sachverhalt. Sachverhalt heißt, wir wollen wissen, worüber wir reden. Am Ende des Tages wissen wir vielleicht nicht, worüber wir reden, weil wir möchten eine gesunde Ausgangsbasis haben. Und jetzt bin ich mal zu Wikipedia gegangen, habe geguckt, was steht da eigentlich zur Blockchain. Und da steht schon bei Wikipedia, dieser Artikel oder Abschnitt ist nicht allgemeinverständlich formuliert. So, wenn wir nicht allgemeinverständlich formulierte Artikel auf Wikipedia haben, worüber reden wir da eigentlich? Jetzt fand ich es eigentlich wunderbar, dass wir schon mehrere Vorträge hatten, wo das ganze Mysterium der Blockchain, der Use Cases da drauf und so weiter und welche Geschäftsmodelle denkbar sind, ziemlich verständlich dargestellt wurde. Das ist toll. Weil deswegen haben wir schon mal einen Sachverhalt, über den wir reden können. Und wir haben auch schon über ganz viele Punkte gesprochen, die, ich wandere mal hier rüber, vielleicht nicht ganz so einfach sind, wenn wir das Recht mit ins Spiel bringen. Warum sind sie nicht so einfach? Naja gut, also wenn wir uns überlegen, von wann ist denn das BGB eigentlich? Also quasi unser deutsches Zivilrecht, 1896, irgendwie so so ein Drehrum. Hat ein bisschen was auf dem Buckel. Dann, ich weiß nicht, so als das Internet hochkam und so die ersten eBay-Fälle, das war ja eigentlich so das, wo man richtig merkte, es gibt irgendwie Jura und es gibt Internet und die beiden, die passen nicht so richtig zusammen. Da fing es an, dass die Richter an den höchsten Gerichten sich überlegten, ja was machen wir denn eigentlich? Also entweder müssen wir uns überlegen, dass wir ein neues Recht brauchen oder, jetzt kommt der Jurist, wir legen was aus. Wir haben so wunderbar allgemein formulierte Regelungen und wir überlegen uns, wie passen die jetzt auf einen neuen Sachverhalt? Das war die großartige Idee. Hat teilweise geklappt, teilweise haben wir jetzt so europäische Normen wie im Fernabsatzrecht und sowas kennt jeder. Widerrufsbelehrung, versteht kein Mensch, was drin steht. Man schickt den Krempel zurück und hofft, dass man Geld bekommt, wenn es einem nicht gefallen hat. Aber grundsätzlich ist das Recht immer noch über 100 Jahre alt und versucht jetzt mit einer Technologie Schritt zu halten, wo das nicht mehr so leicht gelingt. Wir haben gerade schon was zu den Smart Contracts gehört. Das ist genau so ein Punkt. Wenn ich eine Blockchain irgendwo benutze, um irgendwas damit zu machen und abzubilden, dann überlege ich mir als Jurist immer, hat das irgendeine rechtliche Qualität, was da gerade läuft? Und wenn ja, wie sieht die eigentlich aus? Also ich fange jetzt nicht mit den ganzen Theorien da drum an, was was ist. Das hat Frau Kassarek schon sehr gut erklärt, nämlich eigentlich die beiden Unterscheidungen, ja, habe ich hier jetzt einen echten Vertrag, der hier abläuft? Oder habe ich eigentlich, ja, nur etwas, was einen Vertragsschluss, der ganz woanders stattgefunden hat, wie mit dem Kohleautomaten, der nur noch technisch umgesetzt werden muss? Ist ein signifikanter Unterschied, aber die Juristen zerstören sich die Köppel so ein bisschen drüber. Das andere ist natürlich das Schöne, was der Jurist sagt, da greife ich auch gerne nochmal den Punkt auf, wir haben für alles eine Lösung. Darf eigentlich ein Softwareentwickler so ein Smart Contract schreiben, wenn es ein echter juristischer Vertrag wäre? Für den Einzelfall, Rechtsberatung ist so ein bisschen mit drin, nee, darf er natürlich nicht, Rechtsdienstleistungsgesetz, das kann er gerne machen, wenn er Rechtsanwalt ist. Programmierende Rechtsanwälte gibt es, das ist eine kleine winzige Handvoll. Und von denen, ich weiß nicht, ob irgendeiner sich um Smart Contracts kümmert, ja, ein paar tun das, aber es ist halt wirklich wenige. Und wenn wir uns vorstellen, wir wollen alles über Smart Contracts abbilden, der arme Anwalt, der da sitzt und ein Ding nach dem anderen schreiben muss, dann dauert es wieder deutlich länger, bis wir ein Ergebnis haben, als die beabsichtigte Beschleunigung. Gut, das andere wurde auch schon angesprochen, wie kann ich eigentlich Dinge, die in der Blockchain laufen und da auch immer drinstehen werden und die immer fortgeschrieben werden, wie kann ich die eigentlich wieder kaputt machen, wie kriege ich sie raus aus der Blockchain, wenn ich, die Pornobildchen waren das eine Beispiel, ich kann mich aber auch ganz normal um jede beliebige Transaktion kümmern, wie bekomme ich die aus der Blockchain wieder raus, wenn sie nicht drin sein sollte, weil sie nicht drin sein darf, juristisch. Tja, geht nicht. Das heißt, für uns Juristen in der Konsequenz, wir zäumen das Fert so ein bisschen von hinten auf, dass wir eigentlich sagen müssen, wenn ich über Smart Contracts rede, als einfachen Beispielsfall auf der Blockchain, den ich abbilden kann, jede Transaktion, die da läuft, ist keine Transaktion im juristischen Sinne, also das heißt, die ist rechtsverbindlich und so weiter und so fort, sondern sie ist nichts anderes als eine Abbildung der Realität, die woanders läuft. Das habe ich alles festgeschrieben, alles fälschungssicher hinterlegt, aber eine Rechtsqualität an sich kommt dem Ganzen am besten nicht zu, weil sonst kriegen wir Probleme. Ansonsten müssen wir uns Gedanken machen, ansonsten müssen wir uns überlegen, ob wir ein neues Recht brauchen, das hat Volker Svallek auch angesprochen, ein neues BGB für solche vernetzten Verträge, nicht gut. Ich habe mal eine Habillarbeit gelesen, also das heißt, jemand hat sich sehr damit beschäftigt, hatte sehr viel Zeit und hat das dann auch noch zu Papier gebracht und der hat sich mit sogenannten Netzwerkverträgen beschäftigt. Ich habe es nicht ganz verstanden, aber die Konsequenz war, dass jeder, der das in die Hand bekam, sagte, nee, das ist alles Blödsinn, diese Netzwerkverträge gibt es gar nicht. Gut, vielleicht kann man das wieder rausholen und überlegen, vielleicht gibt es diese Netzwerkverträge doch, vielleicht ist das gar nicht so blöd, mal darüber nachzudenken. Wir Juristen sind aber auch dafür, da Probleme zu zeigen, weil das ist ja unser Berufsstand. Wir müssen irgendwie gucken, dass wir nachher am Ende des Tages gebraucht werden. Wir wollen Aufmerksamkeit und die Aufmerksamkeit kriegen wir dadurch, dass wir sagen, ihr habt ein Problem, wir können es lösen. Oder ihr habt ein Problem, wir sagen es euch, dass ihr ein Problem habt. Zumindest, also irgendwo muss man anfangen. Und deswegen ist zum Beispiel auch ein Problem Minderjährigen Schutz und ähnliche Dinge. Oder Know Your Customer, wie kriege ich es eigentlich hin auf einer Public Blockchain, wenn ich so eine laufen habe, zu wissen, wer da eigentlich mitspielt. Es gibt solche Vorschriften im Geldwäschegesetz oder ähnliches. Da kann ich leider nicht sagen, es interessiert mich nicht, wer den Vertrag schließt. Oder es interessiert mich nicht, wer in der Transaktion beteiligt ist. Da brauche ich irgendjemand. So, dann habe ich noch so ein paar Probleme mitgebracht. Ich habe eigentlich nur einen Sack voll Probleme mitgebracht. Ich habe auch keine Lösung, also keine Sorge. Was ist eigentlich, wenn wir über Token reden? Also das quasi, was ich als Gegenwert bekomme, wenn ich Transaktionen auf der Blockchain abwickele. Was ist das überhaupt? Ist das ein Zahlungsmittel? Wenn wir uns zum Beispiel den Bitcoin angucken. Oder ist das E-Geld? E-Geld klingt ein bisschen wie E-Zigarette. Ist auch so etwas Ähnliches. Das heißt, es ist irgendeine, ja, wie soll ich sagen, es ist quasi Geld, was ich elektronisch habe und was ich umtauschen kann, wie dein reales Geld. Das wäre alles doof, weil das ist alles reguliert. Hier unten, da brauche ich eine Lizenz und Finanztransfergeschäfte brauche ich auch eine Lizenz. Und Lizenzen, wenn wir Juristen von Lizenzen sprechen, dann heißt das, es kostet sehr viel Zeit, sehr viel Aufwand und sehr viel Geld. Deswegen möchte man das immer nicht haben und versucht, um die sogenannte Regulierung rumzukommen, auch in diesem Bereich. Ist aber alles gar nicht so einfach. Das betrifft auch diejenigen, die jetzt über den ICO nachgedacht haben und gesagt haben, das ist eine tolle Geschichte. Ich mache irgendwas, lege es auf eine Blockchain, kriege dafür Geld und am Ende des Tages, wenn es schief geht, naja, dann ging es halt schief. So, mache ich eine Finanzierung über einen ICO. Ja, kann man sich überlegen. Auf der anderen Seite, wenn man darüber nachgedacht hätte, wie hätte ich es denn eigentlich anders gemacht, wenn ich kein ICO gemacht hätte. Wenn ich wirklich zur Bank gelaufen wäre und gesagt hätte, ich habe hier ein super Geschäftsmodell, ich möchte das ganz gerne mal finanziert bekommen und habe mir überlegt, das geht auch am besten, wenn ich Kapitalgeber finde, überall, die mir ein bisschen was dafür geben und am Ende des Tages beteilige ich die zum Beispiel an meinem Geschäftsmodell, weil ich sie überzeugt habe. Warum mache ich nicht sowas? Und dann sagt der Banker, ja, das ist eine super Idee, dann schreiben wir jetzt erstmal einen Prospekt. Da steht genau drin, was wir eigentlich vorhaben, wie da die Risiken sind, da müssen wir ein bisschen aufklären, brauchen wir noch einen Anwalt, der sich das Ganze anguckt. Das kostet ein bisschen Zeit und Geld, können wir aber machen. Und jetzt überlege ich mir, mit einem ICO brauche ich das alles gar nicht? Ist das Recht wirklich so doof, um es mal so auszudrücken, dass es sagt, hey, wir lassen einfach eine Lücke, dann kann jeder, der möchte, ein ICO machen und muss diese ganzen Prospektpflichten und sowas, diese ganze Aufklärung, Information braucht er alles nicht. Ich glaube, das Recht ist nicht ganz doof. Also Justitia ist blind, aber nicht blöd. Und deswegen wird es auch in diesem Bereich eine Regulierung geben. So, was habe ich denn noch so? Ach ja, Datenschutz. Datenschutz ist momentan ganz toll. Wir haben auch vorhin von dem Geschäftsmodell gehört, Daten, mit personenbezogenen Daten möchten wir nicht zu tun haben. Das ist auch so, dass die Maxime unserer Mandanten, und dann stellen sie fest, naja, sie haben aber dummerweise einen ganzen Haufen personenbezogener Daten. Die bekommen sie immer wieder. Denn Pseudonyme sind zum Beispiel auch personenbezogene Daten. Was ist ein Pseudonym? Pseudonym heißt, ich kriege eine Nummer angepappt und nicht mehr meinen Namen. Ich bin also nicht David Klein, sondern ich bin Nummer 349. Wenn jemand weiß, dass ich Nummer 349 bin und das ist derjenige, der mir die Nummer in die Hand gedrückt hat und gesagt hat, du bist jetzt Nummer 349, lieber Herr Klein. Nein, solange der das weiß, habe ich ein Pseudonym. Und wenn ich mit einem Pseudonym arbeite, arbeite ich mit einem personenbezogenen Datum. Und schon ist all der Vorteil schon wieder weg und ich habe ein Problem. Gerade auf Private Blockchains, beziehungsweise auf Blockchains, wo ich eben eine Zugangsbeschränkung habe, funktioniert das nicht mehr so leicht. Also dann arbeite ich mit personenbezogenen Daten und um das auch noch dahin zu einem Problem zu machen, ich habe solche Geschichten wie Datenportabilität mit der Datenschutzgrundverordnung. Ich darf meine Daten mitnehmen. War mal gedacht für Facebook, also wenn ich dann zu StudiVZ wechseln möchte, als dem großen Netzwerk in Deutschland zum Beispiel, nehme ich meine Facebook-Daten mit, damit ich alle meine Freunde mit zu StudiVZ nehmen kann. Auf einer Blockchain würde das bedeuten, ich beschließe, ich möchte meine Daten mitnehmen, woanders hin, wohin auch immer und was ich auch immer da will. Die kriege ich aber aus der Blockchain nicht raus. Das andere, worüber wir IT-Juristen, ich bin IT-Jurist, ich bin kein Immobilienrechtler, der kommt gleich, uns unterhalten ist, wir kommen immer ins Spiel, wenn irgendwas kaputt geht. Sogenannte gescheiterte Projekte oder ähnliches. Das heißt, irgendjemand wollte was IT-mäßiges machen und fällt damit auf die Schnauze. Erstaunlicherweise gibt es eine Korrelation zwischen SAP und diesem, auf die Schnauze fallen, ich weiß auch nicht warum. Das bedeutet für uns aber, wenn ich als ein Unternehmen, das beispielsweise auf einen bestimmten Typ von Blockchain gesetzt hat, da wieder raus möchte, weil er feststellt, es funktioniert doch alles nicht so gut. Ja, wie mache ich das eigentlich? Wie kann ich mein gesamtes Geschäftsmodell von einer Blockchain quasi auf eine andere transferieren? Geht das überhaupt? Und wie soll ich das bitte machen? Gut, wir haben noch so andere Geschichten, eine verantwortliche Stelle brauchen wir, in einem Peer-to-Peer-Netzwerk, haben wir wahrscheinlich ein paar Hundert, die trifft alle die gleichen Anforderungen, nicht schön. Was passiert eigentlich, weil ich die Daten immer wieder verarbeite? Die Blockchain zeichnet sich ja gerade dadurch aus, dass ich die Transaktionen darauf immer wieder neu kopiere, quasi wenn ich so möchte, und neu verifiziere. Ist das datenschutzrechtlich eigentlich gerechtfertigt, wenn ich da wirklich personenbezogenen Daten drauf habe? Ich habe Betroffenenrechte, sowas wie Right to be Forgotten. Ich möchte bitte nicht mehr in dieser Blockchain stehen, weil ich mache da eh schon seit Jahren nicht mehr mit. Wie soll ich das durchsetzen? Und die tolle E-Privacy-Verordnung, wir reden ja alle über die sogenannte Datenschutz-Grundverordnung als großes Gespenst. Nein, wir haben die E-Privacy-Verordnung, die ist viel größer als Gespenst. Die regelt unter anderem die Machine-to-Machine-Communication. Die regelt die elektronische Kommunikation, die Blockchain wird davon von der Regulierung betroffen sein. Und, super Nachricht, die E-Privacy-Verordnung sieht als grundlegende Rechtfertigung von der Datenverarbeitung auf diese Art und Weise die Einwilligung des Nutzers vor. Tja, eine informierte Einwilligung, wer zum Beispiel meine Daten bekommt. Das ist ein bisschen schwierig. Ich sage mal so, die allgemeinen Probleme waren schon schlimm genug. Ich habe keine Lösung mitgebracht, wie versprochen, und übergebe jetzt meinem Kollegen Daniel Graske, der ein, ja was eigentlich, ein Use Case mitgebracht hat, um zu zeigen, wie wahnsinnig flexibel wir Juristen sind. Vielen Dank. Applaus 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 Applaus